hallo und herzlich willkommen bei wetter gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel stage of survivor ich werde das spiel mal starten ich habe noch nicht geschaut ob ich meine account hier gefunden habe aber ich denke schon weil ich habe schon zombie geräusche hintergrund gehört weil ich schon lange nicht mehr online war dann wird man ja mal angegriffen von zombies und ich denke mal die sind jetzt alle vor ort mein account oder war jetzt erstmal die zombies vernichtet jetzt können wir weitermachen ich hatte die basis letztens ein bisschen aufgeräumt so Das war's für heute. gut 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 ist auch noch eins haben wir da oben so nein das brauchen wir nicht verletzte leute ich so viel verletzte haben sie mich angegriffen post alles erhalten krieg ich würde angegriffen es war ja klar das war ja klar ja löschend Okay. So, das machen wir nachher. So, das machen wir nachher. Wie viel habe ich nur davon? Da müsste ich doch gleich einen neuen Charakter freigeschaltet haben. So viel Puzzletail, wie ich kriege. Ach ja. Und warum sollte ich... So viel Puzzletail. So viel Puzzletail. Okay, das war's. Alles aufgesammelt. So viel Puzzletail. 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 Ah, der muss auf Level 14 sein. Oh, dann war erst mal die hier. Geht nicht weiter bei ihr, okay, dann können wir hier weitermachen. Noch zwei Stück. Ach ne, die haben wir auch noch. Muss erst noch orten. Kein Ding. Dann hören wir die kleine aborten. Okay, dann war es auch schon abgeholt. Ja. Alle aufgelevelt. Okay. 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 Verbesser. 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 Und den nächsten verbessern. Wann ist es immer nur drei? Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe gerade abgeholt, aber ich habe nicht darauf geachtet, ob das nur drei waren oder vier. Doppel verbergen. Ah, schon wieder eine frei. Das machen wir mal am Ende. Schauen wir mal. Dann machen wir erstmal den Epic. Der sieht gefährlich aus. Ach, da oben, die habe ich auch noch vergessen. Jetzt kommt erstmal der schöne Kampf. Auf Automatik. Dreifache Geschwindigkeit. Daляется. Schauen wir mal. Um, was ich ausgebe? Um, was ich noch nicht gemacht? Ja, was ich denn gemacht? Super. Oh, yes, come the boss. Das wollte ich mal kurz machen. Da drauf drücken. Hier drauf drücken. Einfordern. Okay, up good. Kommt jetzt der legendäre Kampf. Eine Rettung. Einsammeln. Und fertig. Kommen jetzt die epischen Sachen. Ach, das ist ein normaler Kampf. Das sieht man sowieso nichts. Dann brauchen sie noch eine Minute. Ah, genau. Das war nur drei. Untätig. Forschung. Ach, da ist die Forschung. Ach ja. Den haben wir auch wieder. Und abholen. Jetzt kommt der Kampf. Und abholen. Jetzt kommt der Kampf. Und abholen. Die waren auch nicht zurück gewesen. Ach, da. Jetzt kommen sie erst zurück. abholen. Und abholen. Und abholen. Das ist schon. Abholen. Und abholen. Und abholen. Und abholen. Ah, mein Bauwerk ist abgeschlossen. Wie viel Nahrungsmittel habe ich? Eine Million. Okay, das wird reichen. Hoffe ich. Oh, mein Bauwerk ist geschlossen. Okay, einfordern, 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 schon wieder eine kiste gefunden und die letzten fünf minuten dann holen wir mal die sachen ab so ein weiter weg dann sind wir ja gleich schon fertig da oben dauert es ein bisschen schnell noch die hier fertig jawohl ja ja eine minute allianz hilfe ja ja nicht schlecht ja dann haben wir jetzt eigentlich fast alles fertig wir warten noch auf den rückweg von meiner truppe ja 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 da ja da ja 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 das war eigentlich alles was man machen konnte ich könnte jetzt nur noch rumlaufen ich könnte jetzt noch mit den leuten eine mission machen warte mal nicht mission mission wo war es gewesen das war ausbildung ausbildung truppen verbergen da hier war das eine erkennung könnte ich machen könnte ich jetzt die leute noch wechseln ok ein scharfschütze könnte ich auch so fällig von den treinen den haben wir schon gesehen das ist auch immer mal diese frau wir machen wir jetzt eine frauen power und die habe ich noch nicht gesehen ok geht nicht ganz und den habe ich auch noch nicht gesehen ok das werde ich nicht schaffen prognose riskant riskant eine knappe sache ok ich bin wirklich schlecht aus Was? Ja, also die sind nicht so stark. Die letzte Kiste. Jetzt haben wir alles. Inzwischen kommt die nochmal. Da war ich doch gerade. Dann haben wir nochmal eine Erkundung. Und schauen wir mal. Was war die erstmal weg? Nimm den hier. Okay. Dann nimmt er die weg. Und die hier. Ne, der ist besser. Das sind jetzt meine stärksten. Aber die kennen wir ja schon. Kinderspiel. Da wo gerade noch stand keine Chance ist jetzt ein Kinderspiel. Ja. 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 Enlace. Okay. Gut, dann machen wir noch mal hier. Ach, nicht die Suche. Schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Auch im Kinderspiel. Auch im Kinderspiel. Zweite Welle. Los, komm. Knall die Zombies ab. Jawoll. Ach, die letzte Runde. Dann bin ich hiermit fertig. Und das ist auch ein Kinderspiel. Eine Minute. Da bin ich wieder. Okay, dann sehen sie auch gut aus. Und jetzt kommt gleich der Boss. Halbe Leben schon weg. Jetzt schlägt er noch einmal, dann ist er down. Nice. Wir sind bei Stufe 4 angekommen. Schauen wir die erste Runde an. Ah, okay. Muss Level 13 sein. Können wir uns gar nicht anschauen. Okay, okay, okay. Lass den mal einsammeln. Und dann haben wir alles fertig gemacht. Was ich machen konnte. Jetzt können wir noch einmal das hier wegschicken. 30 Tage planen. Mal bei 900 wegschicken. 50 als Reserve da lassen, falls ich das jetzt die Tage noch mal spielen werde. Gut. Dann lassen wir die Basis mal wieder alleine. Warum kann ich auch nichts mehr. Deko brauche ich nicht. Die. Erhöht die Moral wahrscheinlich. Aber 1000 Stück davon, ich hatte 950, 900 habe ich zur Bank geschickt. also hätte ich mir gar nicht leisten können das war es für heute dann sag ich mal das war ein xl video der bringt hier nein alles ok gut 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 dann haben wir jetzt meinen und hoffen dass sich am wochenende wieder was schönes gewinne oder montag dann sage ich mal dankeschön für so schon ich würde mich freuen wenn du beim nächsten die weise bis haben viel spaß und auf wiedersehen ciao